Mahlzeit Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute geht es um die drei Playstation Plus Spiele für den Monat Dezember. Wenn du nichts verpassen willst, bleib auf jeden Fall dran, abonnier diesen Kanal und aktivier natürlich die Glocke, damit du die nächsten Spiele für den Monat Januar auch nicht verpassen kannst. Video geht los. Video geht los. Video geht los. Also im Teil der Joss Cores-Reihe müssen wir das fiktive Land Solis von einer Söldnerbande befreien. Klingt schon mal gut, ist auf jeden Fall sehr actionreich und ist halt wie gesagt ein Third-Person-Shooter. So, jetzt kommen wir zum Spiel Nummer 2. Spiel Nummer 2 ist ein Multiplayer-Shooter und nennt sich Rocket Arena. Rocket Arena ist nicht etwa die gute alte Quake-Modification, sondern ein Hero-Shooter von Final Strike Games und Electronic Arts, also EA. Hier schlagt ihr euch in 3 gegen 3 Matches mit anderen Spielern. Jeder der verfügbaren Charaktere zeichnet sich dabei durch seine einzigartigen Raketen und Fähigkeiten aus. Also das heißt, jeder Spieler hat eine andere Fähigkeit und ist damit vielleicht in der Sache besser, aber dafür in der Sache nicht so gut wie der andere. Ist natürlich ganz interessant. Wie gesagt, ist ein Multiplayer-Shooter, sieht auch ganz cool aus, meiner Meinung nach. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, welches der 3 Spiele euch am besten gefällt oder ob ihr euch einfach alle runtergeladen habt. So Leute, jetzt kommen wir zum dritten und zum letzten Titel für diesen Monat und da haben wir so eine Art Klassiker. Also das Spiel an sich jetzt vielleicht nicht, aber der Titel, also ich sag mal Worms ist für jeden Begriff. Und ja, das dritte Spiel für diesen Monat ist Worms Rumble. Ist ein Multiplayer-Shooter und ja, also Worms, ich glaube wer Worms nicht kennt, hat die Welt verpennt. Die beliebte Reihe Worms feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Mit Worms Rumble gehen die Entwickler einen neuen Weg und lassen euch Echtzeitkämpfe in einer 3D-Arena bestreiten. Bis zu 32 Spieler können gleichzeitig spielen und mit einem Schaf oder einer Bananenbombe bekriegen. Zusätzlich wird auch Crossplay unterstützt, also zwischen Playstation 4 und 5. Das ist natürlich nicht schlecht und cool, also für die Glücklichen da draußen, die eine Playstation 5 besitzen, die können sich das gönnen und können auch gegen arme Würstchen wie mich, die noch eine Playstation 4 besitzen, zocken. Ja Leute, dann würde ich sagen, haben wir alle Titel durch. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, welche Spiele aktuell kostenfrei im Playstation Plus Store zur Verfügung sind. Und ja, ich würde mich natürlich an der Stelle freuen, wenn ihr wie immer ein Abo da lasst und natürlich den Daumen. Wenn ihr irgendwelche Kommentare schreiben würdet, würde ich mich natürlich auch freuen, wie gesagt, welche Spiele ihr euch gegönnt habt, welches Spiel euch nicht so gefällt. Und ansonsten bin ich erstmal raus. Euer Kraft. Ciao. 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 Vielen Dank.